Drei Wochen verbleiben noch bis zur Landtagswahl in Bayern und demzufolge läuft der Wahlkampf auch auf Hochtouren. In diesem Video heute soll derweil mal wieder auf den aktuellen Stand der Umfragewerte geblickt werden und besonders interessant ist dabei natürlich die Frage, welche Parteien die nächste bayerische Regierung bilden werden. Dieser Frage werden wir im zweiten Teil des Videos mal genauer nachgehen. Zunächst wollen wir wie gewohnt auf die aktuellen Umfrageergebnisse blicken und apropos aktuelle Umfrageergebnisse, der Stand der Dinge für dieses Video ist der Mittwoch, der 19.09.2018 zum Zeitpunkt 8.17 Uhr. Und blicken wir jetzt mal tatsächlich auf die neuesten Umfrageergebnisse und da sind im September drei neue Umfrageergebnisse hereingekommen. Am 10. September gab es ein Ergebnis von Silway, am 11. September eins von GMS und am 12. September eins von Infratest DIMAP und diese drei Umfrageergebnisse sind die aktuellsten zum Zeit des Videodrehs und aus diesen drei Ergebnissen wird dann später der Schnittwert gebildet werden, mit dem wir dann auf die Koalitionsmöglichkeiten blicken werden. Schauen wir aber zunächst auf die Einzelergebnisse dieser Umfragen und beginnen wir bei der CSU. Da sehen wir, dass sich der Trend der letzten Wochen und mittlerweile Monate noch ein bisschen fortgesetzt hat. Wir hatten ja gesehen in den letzten Videos, dass es mit der CSU wertemäßig immer weiter nach unten gegangen ist und wenn wir auf die Werte des Septembers blicken, dann hat sich dieser Trend ein wenig noch fortgesetzt. Bei Infratest DIMAP sind es 35%, das ist der schwächste Wert der Umfragen, die wir hier eingeblendet sehen und ich meine sogar, das war der schlechteste jemals gemessene Wert für die CSU in Bayern bei Infratest DIMAP. Bei GMS ist es ein Wert von 36%, also nicht wirklich viel mehr und bei Silvay sind es 35,8% und gerade dieses Umfrageergebnis von Silvay zeigt auch nochmal ganz gut, dass die CSU in letzter Zeit noch etwas nachgegeben hat, denn wir sehen auf dieser Folie auch noch das Umfrageergebnis von Silvay vom 27.08.2018, also von zwei Wochen davor in etwa und da hatte die CSU noch 37,8% gehabt, also es ging nochmal innerhalb von kurzer Zeit 2% bei Silvay nach unten und damit liegt die CSU jetzt bei 35 bis 36% und damit sind die Verluste im Vergleich zu 2013 in den letzten Wochen nochmal etwas größer geworden. Mit diesen Werten ist die CSU natürlich nicht zufrieden, das ist eine Enttäuschung und eine bittere Klatsche, aber es deutet auch nicht wirklich etwas darauf hin, dass die CSU in Richtung Wahltag noch deutlich zulegen könnte. Insofern muss die CSU sich mit diesen 35 bis 36% abfinden und demzufolge ist aber auch klar, dass die CSU die Alleinregierung, die sie momentan führt, nicht weiter fortsetzen wird können und demzufolge muss die CSU mindestens nach einem, wenn nicht sogar zwei Koalitionspartnern Ausschau halten. Was die Koalitionsmöglichkeiten betrifft, wie eingangs erwähnt, werden wir uns das im zweiten Teil des Videos genauer anschauen. Schauen wir jetzt zunächst einmal auf die anderen Parteien und blicken wir dazu zunächst einmal auf den zweiten Rang. Der wird ganz klar momentan von den Grünen eingenommen, bei Silvey gab es zuletzt 16,5%, das ist sogar nochmal ein Plus im Vergleich zum Ergebnis vom 27. August, nämlich ein Plus von 1,4%. Bei GMS waren es 16% und bei Infratest DIMAP 17% und in allen drei Umfrageergebnissen nehmen die Grünen auch sehr klar den zweiten Rang ein. Das heißt, die Grünen sind also momentan ziemlich zufrieden in Bayern und wenn wir mal auf das Ergebnis von 2013 blicken, dann ist es sogar möglich, dass die Grünen ihren Stimmenanteil am Wahltag sogar verdoppeln könnten. Also für die Grünen läuft es ziemlich gut in Bayern und der zweite Rang ist scheinbar der Rang, den die Grünen am Ende erzielen werden und damit liegen sie dort, wo die Sozialdemokraten eigentlich sein wollten, nämlich auf dem zweiten Rang. Aber wenn wir auf die Werte der SPD blicken, dann sieht das momentan alles andere als gut aus, auch im Vergleich mit dem Wert von 2013. Und da stellt sich überhaupt die Frage, können die Sozialdemokraten überhaupt Dritter werden in Bayern? Diese Umfrage von Infratest DIMAP, die legt ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen nahe, zusammen mit der AfD und den Freien Wählern. Wenn wir aber auf die Ergebnisse von GMS und Sibay blicken, dann ist das Bild doch etwas klarer. Im Schnitt liegt nämlich die AfD auf dem dritten Rang, die SPD liegt auf dem vierten Rang und die Freien Wähler kommen auf dem fünften Rang. Bei der AfD ist es so, dass es bei Sibay zuletzt 13,7% gab. Damit hat die AfD ihr Niveau gehalten im Vergleich zum 27. August. Und bei GMS gab es 14% und dann gab es diese 11% bei Infratest DIMAP, die tatsächlich etwas hervorstechen. Wenn wir nämlich auf die Ergebnisse seit Anfang August blicken, dann ist dieser Wert von 11% doch deutlich schlechter als alle anderen Werte, die in letzter Zeit erhoben worden sind für die AfD. Also im Schnitt kommt die AfD auf dem dritten Rang und demzufolge liegt die SPD momentan noch nicht mal auf dem dritten, sondern auf dem vierten Rang. Und gemessen an den Werten ist es natürlich auch wie bei der CSU eine Enttäuschung. Es ist ein deutliches Minus im Vergleich zu 2013. Und vor allen Dingen konnte die SPD bisher gar nicht den Ansprüchen gerecht werden, die sie selbst an sich gestellt hatte, beziehungsweise die sie selbst erhoben hatte. Die SPD wollte weiterhin zweitstärkste Kraft sein, nach Möglichkeit ja noch stärker sein als 2013. Und es gibt ja sogar bei der SPD eine Spitzenkandidatin für das Amt des Ministerpräsidenten mit Natascha Kohnen. Aber mit diesem vierten Rang kann die SPD all ihre Ambitionen erst einmal begraben. Und sie muss erst einmal zusehen, auch diesen vierten Rang einzunehmen und im zweistelligen Bereich zu bleiben. Also es läuft in Bayern alles andere als gut für die Sozialdemokraten. Und diese 11 bis 12% sind auf jeden Fall eine herbe Enttäuschung. Und man ist ja jetzt auch doch deutlich hinter den Grünen momentan, die ja den zweiten Rang haben. Also man ist auch relativ weit entfernt vom zweiten Rang. Auf dem fünften Rang liegen die Freien Wähler. Die Freien Wähler haben im Laufe des Jahres, vor allen Dingen ab Juni, zugelegt. Davor waren sie ja eher näher an der 5%-Hürde dran als an den 10%. Jetzt ist es so, dass sie im Grunde genau dazwischen liegen. In der Regel zwischen 7 und 8%. 8,1% gab es auch bei Silvey zuletzt. Und da ist die Umfrage von Infratest Dimap besonders interessant für die Freien Wähler. Denn dort landen sie bei 11%. Das ist zudem der stärkste Wert für die Freien Wähler in diesem Jahr überhaupt. Und er sticht genauso wie die 11% bei der AfD hervor. Und bei den Freien Wählern ist es andersherum. Dieser Wert sticht hervor, weil er so gut ist für die Freien Wähler. In der Regel waren es doch zuletzt 7-8%. Also vielleicht muss man diese Umfrage von Infratest Dimap mit Vorsicht genießen, weil bei allen anderen Meinungsforschungsinstituten dieser Trend einer besonders starken Gruppe von Freien Wählern und dann eben eine besonders schwache AfD nicht vorzufinden ist. Aber man kann sich das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, dass es diesen Trend bei Infratest Dimap jetzt gab. Wer könnte es noch in den nächsten Bayerischen Landtag schaffen? Da sollte man auf jeden Fall noch die FDP erwähnen. Sie liegt im Grunde konstant immer oberhalb oder mindestens genau auf 5%. Es ist aber natürlich eine enge Kiste, wenn wir auf die Werte blicken, denn bei Infratest Dimap sind es ja eben genau 5%, bei Silber 5,8% und bei GMS 6%. Also da darf sich nicht viel zu Ungunsten der FDP verändern oder die Umfragen müssen zumindest schon ziemlich genau sein, damit das für die FDP auch klappen wird. Aber Stand jetzt liegt die FDP also im Schnitt gesehen oberhalb von 5% und wird Teil des nächsten Bayerischen Landtages sein. Als letztes haben wir hier noch die Linkspartei, die vom Schnittwert gesehen es nicht in den Landtag schaffen wird. Aber es gab doch mit der Umfrage von GMS und von Infratest Dimap zuletzt zwei durchaus interessante Ergebnisse. Bei GMS waren es 4% und bei Infratest Dimap sogar 5% und die 5% reichen ja aus, um in den Landtag einzuziehen. Also zuletzt scheinen sich die Linken in Bayern verbessert zu haben und womöglich könnte es tatsächlich nochmal spannend werden für die Linkspartei, was einen möglichen Einzug in den Bayerischen Landtag betrifft. Stand jetzt sieht es aber vom Schnittwert gesehen immer noch nicht so aus, als könnte es die Linke tatsächlich schaffen. Dafür gibt es nur diese eine Umfrage von Infratest Dimap mit den 5% und keine andere, die die Linke im Bereich von 5% sieht. Schauen wir jetzt mal ganz schnell auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Hierzu will ich eigentlich nicht so viel sagen. Ich hatte ja eben schon angedeutet, wer eigentlich gut dasteht und wer nicht so gut dasteht. Wir sehen die AfD als größten Gewinner mit plus 12,9%, was aber auch vor allen Dingen daran liegt, dass dieser Wert so stark ist, dass bzw. weil die AfD vor fünf Jahren nicht bei der Landtagswahl angetreten ist. Die Grünen haben auch noch ein sehr deutliches Plus, nämlich 7,9% und im positiven Bereich liegen dann auch noch die Liberalen plus 2,3% und die Linkspartei plus 1,8%. Bei den Verlierern haben wir die Freien Wähler allerdings nur ganz, ganz geringfügig mit minus 0,3%. Man kann also sagen, die Freien Wähler sind vom Schnittwert her gesehen dort, wo sie vor fünf Jahren auch waren. Die Sonstigen verlieren 3,6% und dann hat man diese beiden großen Verlierer, die SPD minus 8,9% und die CSU minus 12,1%. Und vor so zwei, zweieinhalb Monaten sah es noch so aus, dass die SPD die größten Verluste hatte im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Da hat also die CSU zuletzt nochmal deutlich nachgegeben. Und genau dieser Trend wird nochmal sehr klar bestätigt, wenn wir nämlich auf die Veränderungen der Schnittwerte zwischen Mai 2018 und den aktuellen Schnittwerten blicken, dann sehen wir nämlich, hat die CSU innerhalb der letzten zweieinhalb Monate 6,1% eingebüßt. Also da ging es nochmal richtig nach unten für die CSU. Und dieser Asylstreit Ende Juni, Anfang Juli hat eben der CSU auf Landesebene überhaupt nicht gut getan. Verloren haben dann als einzigen auch noch die Sozialdemokraten, minus 1,2%. Alle anderen Parteien haben einen positiven Wert und vor allen Dingen die Grünen haben eben in den letzten zweieinhalb Monaten in Bayern nochmal deutlich zugelegt. Aber auch die freien Wähler sind mit plus 1,8% beachtenswert im plus im positiven Bereich gelandet. Schauen wir jetzt mal auf die Koalitionsmöglichkeiten. Stand jetzt würden es gemessen am Schnittwert sechs Parteien in dem Bayerischen Landtag schaffen. Der Schnittwert, das hatte ich schon mal angedeutet, der bildet sich aus den letzten drei Umfrageergebnissen. Also das Umfrageergebnis von CIVA, GMS und Infratest DIMAP wurden zusammen addiert und durch drei geteilt und entsprechend gerundet und so ergeben sich diese Schnittwerte, die wir hier aktuell sehen. Die absolute Mehrheit liegt demzufolge bei 45,6%. Wenn wir auf die CSU blicken, dann sehen wir, sind das mittlerweile 10%, die zur absoluten Mehrheit fehlen. Also da sieht man mal, wie weit die CSU von der absoluten Mehrheit momentan weg liegt, entfernt liegt. Und demzufolge hatte ich ja schon erwähnt, dass die CSU Koalitionspartner braucht. Und da stellt sich die Frage, mit wem will man denn eigentlich koalieren? Die CSU passt natürlich ganz gut zur FDP. Diese Koalition gab es in Bayern ja bereits zwischen 2008 und 2013. Das Problem ist allerdings, dass der Wert von CSU und FDP zusammengenommen noch immer zu wenig ist, um eine absolute Mehrheit zu haben. Und dieser Wert liegt dann doch deutlich unterhalb der 45,6%. Man kommt zusammen nämlich nur auf 41,2% und damit sieht es auch klar danach aus, als würden CSU und FDP auch am Wahlabend eine absolute Mehrheit doch relativ klar verfehlen. Das heißt, diese Koalitionsvariante wird es in dieser Form nicht geben in Bayern. Die CSU könnte natürlich auch ganz gut zu den Freien Wählern passen, aber selbst da ist es so, dass der Wert zusammengenommen nicht ausreicht, um eine absolute Mehrheit zu haben. Und im Übrigen ist CSU und Freie Wähler die Koalitionsvariante, die von den Bayern prozentual gesehen am meisten bevorzugt wird. Bei der Umfrage von GMS wurden nämlich auch die Bayern gefragt, welche Koalition würden sie denn wünschen, würden sie sich denn wünschen, was wäre denn erhoffenswert nach der Wahl? Und da haben 23% gesagt, die CSU solle mit den Freien Wählern ein Regierungsbündnis bilden. Wir sehen aber hier das Problem, auch dieses Bündnis hat keine absolute Mehrheit. Allerdings ist der Abstand zur absoluten Mehrheit nicht ganz so groß, also da könnte es vielleicht knapp reichen, aber Stand jetzt reicht es eben nicht. Auf Rang 2 der Koalitionswünsche der Bayern lag die Koalition zwischen CSU und Grünen und tatsächlich würde es für die beiden auch zu einer doch klaren absoluten Mehrheit reichen. Das Problem an der Sache ist, dass die CSU eigentlich relativ klar gemacht hat, dass sie mit den Grünen nicht zusammengehen wollen und die Grünen können es sich auch nicht mit einer CSU unter Söder vorstellen. Insofern ist es zwar die Koalitionsmöglichkeit mit dem besten Wert, die hier dunkelgrün eingefärbt ist, aber es sieht nicht so aus, als würden Grüne und CSU nach der Wahl zusammenfinden. Demzufolge ist eine andere Koalitionsmöglichkeit die, die dann wahrscheinlich nach der Wahl eintreten wird und da gibt es im Grunde zwei, die realistisch sind. Entweder bildet die CSU eine große Koalition mit der SPD, zusammen kommt man auf 47,3 Prozent, das ist gar nicht mal so eine starke absolute Mehrheit, aber es würde reichen. Die Frage ist dann natürlich, ob die SPD mit dem schwachen Ergebnis, das sich abzeichnet, bereit ist in die Regierung zu gehen oder ob sie es ablehnen wird in die Regierung zu gehen und alternativ könnte die CSU natürlich auch ein Dreierbündnis anstreben, zusammen mit der FDP und den Freien Wählern. Das könnte durchaus passen und zusammen hat man 49,9 Prozent. Andere realistische Regierungsmöglichkeiten gibt es zurzeit nicht. Also entweder ein Zweierbündnis, dann CSU und SPD wahrscheinlich oder ein Dreierbündnis, dann CSU, FDP und Freie Wähler. Wenn wir auf den Schnittwert der FDP blicken, dann sehen wir, ist das natürlich eine enge Kiste mit der 5-Prozent-Hürde. Demzufolge schauen wir uns jetzt auch mal den Fall an, dass die FDP es nicht in den Bayerischen Landtag schaffen wird. Das heißt, sie verfehlt wahrscheinlich dann eher knapp die 5-Prozent-Hürde. Also ich glaube nicht, dass sie dann deutlich die 5-Prozent-Hürde verfehlen wird. Aber gehen wir mal davon aus, gerade dass die FDP es nicht auf 5 Prozent schaffen wird. Dann gibt es noch eine weitere Koalitionsmöglichkeit, nämlich CSU plus Freie Wähler. Und dann wäre diese Koalition doch ein sehr heißer Kandidat dafür, dass sie auch tatsächlich realisiert wird. Zusammen käme man auf 44,3 Prozent. Für die absolute Mehrheit bräuchte man 42,8 Prozent. Das heißt, es sieht momentan dann auch gut aus, dass diese Koalitionsmöglichkeit dann eine absolute Mehrheit haben wird. Aber diese Koalitionsmöglichkeit spielt erst dann eine Rolle, wenn die FDP es tatsächlich nicht in den Landtag schaffen wird. Zu guter Letzt nochmal eine Kleinigkeit. Es gab ja diese eine Umfrage mit 5 Prozent für die Linkspartei. Würde es die Linke tatsächlich in den Landtag schaffen und auch die FDP, dann wäre es, was die Koalitionsmöglichkeiten betrifft, eine ziemlich klare Sache. Denn dann hätte die große Koalition nicht mal eine absolute Mehrheit. Dann blieben als realistische Bündnisse nur Schwarz-Grün und das Bündnis aus CSU, FDP und Freie Wähler übrig. Und da die CSU nicht so viel Lust auf die Grünen hat, ist es so, dass dann die CSU sehr wahrscheinlich ein Bündnis mit der FDP und den Freien Wählern anstreben würde. Aber dieser Fall ist ziemlich unrealistisch. Der hier verdient mehr Beachtung, dass die FDP es nämlich am Ende doch nicht schaffen wird. Gemäß am Schnittwert ist das durchaus denkbar. Aber das ist der Fall momentan, wenn wir auf die Schnittwerte blicken und da ist die FDP mit 5,6 Prozent im nächsten Bayerischen Landtag vertreten. Halten wir also letztendlich das folgende fest für die Koalitionsmöglichkeiten. Es scheint so, als gäbe es am Ende nur zwei realistische Koalitionsmöglichkeiten, nämlich die große Koalition oder das Bündnis aus CSU, FDP und Freie Wähler. Und da scheint das Dreierbündnis doch eher dasjenig zu sein, das eher zum Profil der CSU passen würde. Aber was letztendlich die CSU machen wird, das werden wir wahrscheinlich erst nach dem Wahlabend erfahren. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass sich die CSU vor der Wahl jetzt noch klar auf eine Koalitionsmöglichkeit festlegen wird.